Kunden, die ein Wellness-Treatment im Spa oder im Kosmetik-Institut buchen, möchten zunächst einmal entspannen. Das heißt aber nicht, dass die Produkte, die dabei zum Einsatz kommen, weniger wirksam sein dürfen. Die Produkte in unserer Kategorie Pflegende Kosmetik, Wellness und Spa überzeugen deshalb durch ihre Wirksamkeit ebenso wie durch einen gewissen Relax-Faktor. So, Beautyforum-Chefredakteurin Beate Semmler, die ganze Zeit schon bei mir auf der Bühne, stellt Ihnen jetzt die Top 3 dieser Kategorie vor. Beate. Vielen Dank, Max. Ja, vielen Dank. Der dritte Platz ist schon mal eine Herausforderung, den irgendwie fehlerfrei auszusprechen, dieses Produkt. Ich versuche es trotzdem. Der dritte Platz geht an die 419 Fluid Anticellulite Effet Cryo. Von Maria Gallon. Von Maria Gallon. Der zweite Platz ist für die Kräutervital Massagebutter mit Sanddorn von Charlotte Menzen. Der erste Platz geht an eine Body Cream, die verjüngt und glättet und sehr gut in jedes Spa passt. Sie soll mit dem Extrakt aus der Schneeolge das Schönheitsgen der Haut aktivieren. Jetzt auch der Haut am ganzen Körper. Der erste Platz geht an die Körperpflege Renew Body aus der Beauty Gen Serie von Dr. Grandl. Da ist es geschickt, ob er zu zweit kommt. Da fällt es nicht so auf. Aber ich glaube, einer weiß, was gemeint ist. Sie haben jetzt einen Lauf hier. Das ist jetzt der vierte, erste Platz. Und vielleicht einen kleinen Tipp, ein kleines Geheimnis. Ist es Marketing, ist es Produkt, persönliche Betreuung? Oder haben Sie irgendeinen Zaubertrank, das dazu führt, dass Sie so erfolgreich sind? Also ich bin erst jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Nein, ich glaube, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit Perfektion die berührt zu arbeiten. Und es freut mich natürlich, dass wir offensichtlich dann auch berührt haben mit den Produkten. Und ja, dann auch so die Ehre bekommen, das bestätigt zu bekommen. Berühren heißt Emotionen. Ich glaube, das ist ein bestimmtes Stichwort, das da gut reinpasst. Also Glückwunsch zu diesem Erfolg. Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank.